Tick-Tock-Videos, was so bei Lidl los war, sind ja heftig, ne? Ey, Leute, die Leute sind weg. Ich war um 7 Uhr bei Lidl in Bramfeld, weil ich ja Steffi weggebracht hatte und hab gedacht, nochmal weiter, nochmal weiter, schon mal Knallerchen kommt. Komm, wenn ihr da geht. Ah, ich will den drinnen! Das Scheiß hat doch immer noch funktioniert, ey. Ja, du hast es auch gut gelöst, auch nur durch Zufall, Mann. Jawoll, da ist es! Ja, Digga, dein Spielzug ist schon seit 5 Minuten zu Ende, Alter. Bist du eigentlich noch drin? Ich spüre, ich spüre ihn. Puh, der kommt dann aufgesucht. Oh, der nennt sich denn so, Kerk-Po-Pi. Das ist so geil, die Serie. Und so lange nicht mehr geguckt, ey. Oh, Schick, der ist gut. Ja, schönes Ding. Och, ne. Habt ihr halt so dumme Sau, Schick, Alter. Geh doch mal nach hinten, Alter. Wir waren weggegangen. Wir beide, ne. Ich sag's nochmal, ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht beide auf einen Fleck gehen. Ich hab ja versucht, vorhin wegzukommen, von diesem Jango. Ja, was für ein Spielzug, Alter. Schön gemacht, Digga. Kannst du das nochmal sagen? Das hast du, glaube ich, noch nie gesagt. Schön gemacht. Geh, du hast Platz, du hast ganz viel Platz. Mach ihn alleine. Mach ihn alleine. Was für eine geile Flanke, ne? Das war mit Absicht. Das war richtig mit Absicht. Oh, Abseits. Oh, der war gut, Alter. Der war gut, Holi. Der war gut. Geil ist auch, wie Schick noch der erste ist. Digga, ich schießt flach, wieso? Ich hab doch hochgeschossen. Dumm. Ich denke mal, der Maul, du hast noch gar nichts gerissen in dem Spiel, Alter. Bist du. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt besser. Schön, Holi. Schön, schön, schön. Keine Abseits, keine Abseits. Plank jetzt auf Holi, äh, auf Django. Oh, dann legt quer. Geil, Alter. Ui, Tigger. Ui, Tigger. Ui, Tigger. Ui, Tigger. Geh doch. Schönen, Holi. Geil, Alter. Haben wir gleich einen Terebierer, oder wie? Er hat mir letztens was Neues auf dem Oberschenkel gestochen. Penis. Richtig. Mach zwei. Keiner da. Der nimmt mich mit dem Kopf, ey. Digga. Ja, Mann. Ja, schön gespielt, Mann. Gefordert. Weil ich außer sich mit Kreis gefordert habe. Kreis war doch nicht, aber... Ich hab gefordert. Hast du, du auch? Ja, 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 ja. Jetzt. Spiel, Mann. Doppel, doppel! Boah! Schade. Flach werden, tickelgeiler gewesen. Juh! Boah, Holi! Ja, ja, ja. Schön. Oh, die sind dreckiger Inder. Der hat durch ihn durchgetreten, ey. Können wir dich auch. Das siehst du, die sind alle hinter mir. Scheiße, jetzt geht er wieder auf Haulimahnen. Oh, der könne gut sein. Ja! Ja, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann! Ich glaube das war echt die Pieke. Da kommt die Flanke und dann macht das perfekt. Und zwar mit ganz viel Gefühl. Das traut sich die Gegend. Gut gemacht, Mann. Das ist ein Ding, Alter. Schön, Cengo, Mann. Dieses Ding. Alter. Ja, kommt mich an. Das Düsenglied, Alter. Digga, das... Erstmal habe ich den mit der Hacke aus der Luft auf Cengo gespielt. Ich habe sogar zugesehen, dass ich meinen Spieler weglenke. Flex-Word. Sie haben jetzt Platz auf außen. Hau, die ist zwei. Und Shishake ist kurz. Shishake ist kurz. Shishake hat den kurz. Ja, Mann. Tschüss. Tschüss. Oh, Mann, ey. Ich bin eine Welle. Da ist er, der Black Swan. Er macht den aus, meinst du, Alter. Oh, die ist eine Donauwelle. Ist das die Entscheidung, Buschi? Ist das die Entscheidung, Buschi? Der ist gut. Der war so ein Schiss hier, ey. Also der war gut. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Die Ecke kommt. Digga, Hulk Hogan. Yahoo! Wuuu! 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 Oh, cui... in dem Moment schließt den nach oben? W patriotバaket? Doch du bist nach oben gegangen. Jetzt noch mal. Gute Wahlführung und das will er jetzt allein. Mach ihn! Wuuu! Oh, der Turmat ist lecker das! jetzt geht es wieder zwei dank ich fühle mich halt zurück er hat so gut gesehen ich hier ist es doch das sind in den tippen zitiert und mann haudi schön vorgelegt vom gegner Da war auch wieder haarschar vorbei heute, ne? Geh, du hast Platz, geh. Geh. Warte, du hast Platz. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schluss kommen wir jetzt. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Da kommt der Versuch. Ja! Schönes Ding! Nein! Oh! Oh! Gäste ficken nennt man das. Schönes Ding! Jawohl, schönes Ding! Ja, schönes Ding! Endlich klaust du mal dem... Der Pole klaut dem Russen den Ball. Ja, ich... Ich hab ein Herz für Minderheiten, alles gut. Boah, schönes Ding, Alter. Und der dreckige Ender hier vorne, der gefällt mir immer noch nicht. Weg ist der Ball. Guter Einsatz. Ball ist im Haus, es gibt Einwurf. Das kommt jetzt leider. Uhhh. Guter Vorschluss jetzt! Jetzt kommt die Flanke! Nö. Sie können nicht lernen, wir beide in Bedrängnis! Uhhh, halt! Was für Schuss, äh... Nein, die müssen nicht! Klasse Aktion, Ball ist weg! Das fack nicht hier ab, Ball ist! Ne, es fack nicht ab, Ball ist! Nö, es fack nicht ab, Ball ist! Nö, es fack nicht ab, Ball ist! Schön gemacht, Jungs. Schöner Spielzug, Jungs. Du hast ein 9,1? Machina... Oh Mann, ey!